Fai Rio, oh warte da ist die Kamera Fai Rio zusammen und herzlich willkommen zu Schrei wenn du kannst Schrei wenn du stirbst Stirb wenn du schreist Nein, Chicken Scream Das ist ein Spiel wo man schreien muss Um ein Hühnchen Boah das klingt alles total scheiße Ich zeige euch einfach mal Was man hier machen muss Es ist toll, passt auf, ganz einfach Einfach um die Logik zu verstehen, ihr seht hier schon Reden, damit das Hühnchen läuft Schreien, damit es springt Ganz einfaches Prinzip Lauf, 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 lauf Ja fuck Lauf, 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 spring Lauf, lauf, spring Lauf, spring, lauf, lauf, spring Ja geschafft, habt ihr gesehen So funktioniert das, voran Da können Hindernisse kommen Lauf, lauf, spring Lauf, spring, lauf, 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 spring Halt du bloß die Klappe Hüpf, 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 weiter Fuck ey Lauf, spring, lauf, spring, lauf Zurück Zurück, hab ich gesagt Zurück Dieses Scheißhuhn, Alter Okay, jetzt schaffe ich das Level Grün sind schon die Welt Nein, nein Oh, Alter Hast du die Schnauze dahin Jetzt Ruhe Oh, Alter Es war einmal ein Hühnchen Und das ging die ganze Zeit Oh, lauf, 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 lauf Geschafft Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe Da ist ein Staffel Lauf, 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 lauf Ganz leise und vorsichtig Äh, nicht, was machst du mit mir Es tanzt ein Das war gar nicht laut Mann Mann Na, wa Ey, es ist ein Scheißhuhn Warum kann es nicht schwimmen Und stirbt im Wasser, Mann Das Level ist jetzt schon kacke Jetzt schon kein Bock mehr auf das Spiel Ah, weiter Nein, nicht so weit Das Spiel ist nichts für mich Nein Warum geht es denn schon weiter Happy, happy Happy, happy Happy, happy Das war gar nicht so scheiße Lauf, Hühnchen Spring, Hühnchen Lauf, Hühnchen Oh, Mann Spring doch einfach da rüber Mich verarschen kann ich alleine, ja Nein Ach, komm schon Das war drauf Und ne Das waren Dann ist es Hühnchens Lust Das waren Dann Ist es Das waren Dann ist Das Möller Los Das waren Dann Hat geklappt Hä Boah, ich bin voll der Profi Achtung Achtung Nein Ich hasse dich Ich hasse dich Ich Ich hasse mich Lauf, lau, 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 lau Lauf, lau, 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 die springen springen Ja, jetzt springen Ja, boah, Bombe Wir haben ja jetzt gerade mal den Adventure Mode ausprobiert Jetzt gehen wir mal in den Classic Mode wo man einfach ausprobieren muss, wie weit man kommt überhaupt. Best-Score 0, ich habe es noch nie gespielt, also probieren wir es. Das ist ganz einfach, wir müssen nur laufen. Und laufen, 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 springen. Zwei Punkte. Also ich finde zwei Punkte schon. Hühnchen, 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 ich mache das hier. Chicken Mac Nuggets, Mann. Guck mal, das ist mein Best-Score, weiter, weiter. Huh, wir haben einen Best-Score gestanden. Ah. Nein. Ruhe. Das ist sehr frustrierend. Dieses Spiel ist scheiße. Wenn ihr das im Übrigen selber spielen wollt, dann guckt mal unten in die Videobeschreibung. Ich habe euch mal den Link von dem Spiel geboren. Nein, das ist keine Produktplatzierung. Dieses Spiel ist einfach nur nervig. Huhn, 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 Huhn. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Ja, ist das so. Nein! Ach man, was ist das für ein Scheiß? Jetzt wieder ganz langsam, ganz langsam. Ja, wieder schnell. Ich verstehe das nicht. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie weit ihr im Best-Score seid. Ich bin bei sieben. Ich finde, ich finde, ich finde mich super. Bipi! Spring! Ich kann das bald nicht mehr. Ah! Nein, Miri, nein! Ich wollte den Rekord noch knacken! Ich hasse dich! Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, dass Tauben, nee, dass Hühner auf den Stangen sitzen und Tauben auf dem Dach. Äh, ja! Jetzt weiter. Aha, geknackt. Nein! Ich hab nicht hingeguckt! Ich hab scheiß nicht hingeguckt! Oh Mann! Das ist einfach nicht fair! Das ist einfach scheiße, dieses Spiel. Das ist frustrierend. Basti und Baloui. Zwei Freunde wie... Oh, nee! Sie! Stößen sich in Abenteuer! Oh Mann! Spring! Das Licht an dem Tablet ist kaputt. Das Tablet ist kaputt! Ich will nicht mehr. Gib mir... Ich will doch nur ein Hühnchen! Okay, 50. Ich muss... Best Score 15 Points. Oh, warte, hier kann ich... Ach, guck mal! Für Münzen kann man die Hühner kaufen. Wow! Komm schon, lauf! Ah, bä... Äh, bä... Äh, bä... Äh, bä... Äh, bä... Das darf echt keiner sehen. Da! Ah! Na, 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 hüni! Na, 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 na! So geht das Lied bestimmt. Na, 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 na! Batman! La, 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 bä! Ach komm schon. Ich hab keinen Bock mehr. Ja Leute, das war's. Wenn euch dieses Spiel gefallen hat, könnt ihr es gerne selber ausprobieren. Link ist unten in der Videobeschreibung. Passt auf, dass eure Eltern nicht im Haushalt während ihr so rumschreibt. Das ist kein Spiel für die U-Bahn, kein Spiel für den Bus, kein Spiel für den Pausenhof. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr kommt dann morgen wieder. Da gibt es dann irgendwas anderes. Macht's gut. Bleibt schön feurig. Bleibt schön feurig.